dann sollte da kein problem sein na sehen sie sagen sie ist das ein sturm oder kommt mir das nur so vor meinen sie den regen das ganze wetter nun seit wir aufgebrochen sind haben wir bereits dieses wetter ich kann mich ich kann mich erinnern dass wir zuletzt die sonne gesehen haben als wir am hafen standen aber direkt nach dem aufbruch haben sich eigentlich schon die wolken zusammen gezogen ihr deutschen ihr liebt euren regen ja sehen sie mich nicht falsch bin kein deutscher ja das ist gut für sie ach nein wo kommen sie denn her stimmt ihr name war forrester klingt ja man amerikaner oder engländer richtig amerika stamm aus dem schönen los angeles hollywood richtig richtig ist ein strafen sternchen dort ist eigentlich so mein hauptarbeitszweig wenn ich nicht gerade für diese art von der berichte eingeteilt bin welche zeitschrift schreiben sie denn wenn ich fragen darf die la times die times ja ich bin mir sicher davon habe ich schon mal gehört und müsste in der größten zeitschriften in usa sehr große auflagen zahlen also es würde mich nicht wundern wenn sie schon einmal gelesen haben der broadway hat auf jeden fall seinen ganz eigenen flair und das ist so richtig ja ganz anders als hier klar in der tat dass das ist richtig mein münchen versucht sich ja daran so einer ja wie sagt man broadway für arme zu sein aber sie können das halt nicht nachmachen ach sie meinen mit dem ach wie hieß es noch immer im oktober nein nein ich meine diese filmpreis den bambi ja kann sein das meinen sie ja ja ich bin letztes jahr als ehrengast geladen worden falls sie da mal hin wollen lassen sie es ich kann es nicht empfehlen nun glauben sie mir ich bin durchaus froh wenn ich mal für einen dieser sondereinsätze eingeteilt bin um nicht immer von den stars und ihren problemchen berichten zu müssen sie wissen gar nicht wie anstrengend ja aber der broadway ist können wenn sie es noch nicht erlebt haben sie können es nicht und sie können es nicht einschätzen oder würde ich ihnen sofort zustimmen ich habe keine ahnung von der arbeit eines reporters sein aber ich kann man muss den beruf wirklich lieben ich bin ja auch keiner und ich hatte auch nicht vor einer zu sein nun was ist denn ihr aufgaben bereich sie sind ja hier als aktionär wenn ich mich recht erinnere sie wollen die geld investieren was haben sie denn gelernt was sind sie denn tätig hier vor ort bin ich nur der nette onkel der ein bisschen zuguckt nicht mehr nicht weniger tatsächlich was ich gelernt habe nun ja ich bin eigentlich buchhalter ursprünglich und meine aufgaben bereich ist das controlling ja und dann sind sie zu bp gelangt oder war ich aber schon lange für bp seit über 30 jahren ja und davor für kleinere unternehmen aber meine lehre gemacht in einem bankkaufhaus in paris ja ich liebe diese stadt ich meine ich bin schließlich auch darauf gewachsen wobei london ist auch sehr schön ich weiß ja immer hin und her beruflich oder auch in der auch in der ehre freibadzeit ja also ich vertrete meinen konzern nun mal international also außer gerade jetzt wenn sie so wollen ist das eine art wie sagt man urlaub ja als urlaub könnte man das bezeichnen ja und naja natürlich ich muss durch die ganze welt reisen also ob das jetzt arabien ist das afrika ist neuseeland amerika südamerika ja natürlich ich muss überall meinen konzern vertreten zumindest überall dort wo es öl und gas gibt nicht sicher oder etwa liga abnehmer also ich muss natürlich auch mit den kunden verhandeln vor ort wenn sie wenn ein scheich uns etwas verkaufen möchte oder etwas kaufen möchte dann sicher mit ihm reden ich meine erwartet einen respektvollen umgang den hat er auch verdient als guter kunde ja natürlich natürlich meiste zeit meiner arbeit bin ich in saudi arabien aber sie haben doch mit zeit eher unangenehmen kundschaft teilweise ich glaube die scheich sind nicht gerade die angenehmsten verhandlungspartner oder das würde ich so nicht sagen was sind sehr harte verhandlungspartner aber wenn man sich einen gewissen respekt gegenüber erarbeitet hat dann sind es sehr ehrenhafte männer na gut dann muss ich ihn natürlich auch erst mal beweisen das ist nicht so einfach nur das ist meine aufgabe also sie müssen da schon mit harten bandagen kämpfen ja in der tat nun vielleicht kann ich ja noch etwas von ihnen lernen der zeit wo wir hier sind ja ich denke nicht ich habe von ihrem beruf keine ahnung und auch nicht was ich ihnen sagen sollte aber ich kann ihnen vielleicht erklären wie sie sich am tisch benehmen oder was für gastgeschenke sie mitbringen oder wie sie aber das wissen sie doch eigentlich wahrscheinlich auch selber ja natürlich natürlich eine gewisse etikette gehört dazu ansonsten in arabien ist es halt üblich dass man mit der landessprache mit den leuten spricht natürlich kann man auch mit englisch sprechen ich meine jeder spricht der englisch aber ich empfehle tatsächlich die landessprache vorher zu lernen und auch einen blick in den koran zu werfen das ist sehr wichtig für solche verhandlungen das heißt sie sind der arabischen sprache mächtig ich bin nur ein unwissender schüler aber ich gebe mir ja ich verstehe ich verstehe und ich studiere diese sprache jetzt erst seit 20 jahren und lerne noch täglich etwas dazu manchmal nun eine sprache seit 20 jahren studieren ist schon ein ganzes stück und gerade auch wenn sie auf der da sind müssen sie ja schon ziemlich ziemlich gut sein hier das weiß ich nicht das liegt im auge des betrachters aber sie müssen wissen es gibt sehr viele unterschiedliche dialekte ja das gibt es auch im amerikanischen das gibt es auch im deutschen das haben wir das gibt es überall im verlauf eures gespräches ist der nieselregen immer stärker und stärker geworden und zusammen mit dem unangenehmen wind der ja jetzt durch eure kleidung fährt das ist dann doch sehr unangenehm kalt möchte ich sagen gerade wenn es jetzt eben mehr und mehr regnet und der nieselregen verstärkt ist habt so ein bisschen das gefühl dass ihr euch demnächst von dieser plattform draußen entfernen müsst und auch eure kopfschmerzen sind bisschen besser geworden das kann aber auch an der tablette gelegen haben oder an der frischen luft aber beides zusammen zumindest geholfen aber wenn ihr jetzt länger hier draußen rum steht und wartet dann wird euch sicherlich eine krankheit holen da seid ihr euch recht sicher ja ich halte mir noch so langsam schon mal die die hand so voll brust fange auch schon leicht an zu zittern also meine herren so wie ich das sehe wird das wetter immer schlimmer und mit sehr herzlich weiß nicht wie es mit den sicherheitsbestimmungen hier ist aber ich denke ab einer gewissen windstärke darf sich gerne mehr an deck aufhalten und nicht nah an den zäunen das ist korrekt und ich würde daher generell vorschlagen dass wir uns vielleicht wieder im inneren der plattform etwas umsehen tatsächlich selbiges wollte ich auch gerade sagen dann sind wir uns ja einig ist hier konto ja ja natürlich herr kettler sie haben sich jetzt lang genug das wasser angeguckt kommen sie können sie sich nicht so weit drüber sonst wollen sie noch runter keine sorge ich werde mich um meinen ich werde mich um einen deutschen kollegen kümmern ihn etwas unter den armen nehmen denn er wirkt mir etwas geistesabwesend ja und schließlich soll er nicht ins wasser fallen sagen sie wie viel uhr haben wir gerade hat jemand eine uhr dabei nicht unbedingt eine uhr aber mein smartphone mit sicherheit und warten sie kurz ihr seht wie er es aus der hose holt und sieht wie er drauf guckt wo ist es denn gerade 13 uhr das ist gerade 13 uhr und ihr seht aber auch wie es dann direkt wieder zu macht und wieder in der hose verstaut er scheint es nicht gerne zu benutzen ja meine herren 13 uhr das ist doch zeit für mittagessen ja ein kleiner lunch sollte nicht schaden ja dann lassen sie uns was essen ich muss auch meine tabletten so langsam nehmen was brauchen sie denn für tabletten nichts wildes wissen sie ich habe ein bisschen probleme mit dem blutdruck aber das soll sie nicht belasten ich habe das völlig im griff es ist nur gut so etwas zu wissen nicht dass sie vielleicht irgendwann probleme an den tag legen und wir nicht wissen was wir tun sollen ja das ist ja ganz einfach wenn ich irgendwann um kippe und fiepe dann nehmen sie diese tabletten hier aus der dose und schmeißen sie in mich rein und dann sollte wieder gehen ich werde daran denken hoffen wir mal dass das solche anfälle sind sie nicht zum opfer solcher anfälle werden während unseres aufenthalts hier ja also wenn sie ein gewisses alter überschreiten dann das blutdruck und herz und sowas immer ein problem das glaube ich ihnen gerne aber es gibt ja auch die recht gut ausgestattete ambulanz hier vor ort und ich denke dass die meisten problemchen hier zumindest für einige zeit behandelbar sind und für alles andere gibt es mit sicherheit die möglichkeit mit dem silikopter in ein krankenhaus zu fliegen ja gehen sie mir weg mit den ärzten die machen einen krank das sage ich ihnen es gibt da einen trick jeden tag napfeln essen also wenn ich einen arzt sehe bin ich sofort krank wie sagt man doch so schön in apple a day keeps the doctor away also jeden tag napfeln sollte da schon reichen also ich habe schon diverse ärzte mit äpfeln beworfen und es hat gar nichts gebracht sie sollen die äpfel auch nicht nehmen um die äpfel zu werfen sondern sie essen ja so ist das gemeint ja gut ich verstehe und mit wieder guter laune könnt ihr so in ja die cafeteria gehen wo auch die ersten paar leute schon sitzen auch die arbeiter schlamm verschmiert haben hier sich schon ein bisschen abseits hingesetzt haben und ja damit gehen wir in eine kleine pause dann seid ihr gerade im erholungsraum in der cafeteria und vor euch das dann ja ein großes tablett was ihr euch gerade geholt habt je nachdem was euch da dann angesprochen habt hätte es geben können spargel mit pinienkern oder einer avocadosoße mit risotto verschiedene wirklich sehr gut schmeckende sachen die euch da dann präsentiert werden wo ihr dann zugegriffen habt natürlich auch weine wenn ihr haben wollt wobei die arbeiter gerade eben auch darauf verzichten wobei die dann eben zu einem bier gegriffen haben so ein bier bei der arbeit während der pause das wird wohl nicht schaden ja und so sitzt ihr jetzt gemeinsam gerade bei gutem essen im speisesaal während nach und nach andere arbeiter dann sich gerade dazu gesellen diejenigen die schon sputzig sind und da gerade den klärschlamm vom ölkern noch irgendwie dran sich haben die haben dann ein eigenes abgestecktes gebiet in dem sie dann eher bleiben und ihr als ja nicht arbeitende persönlichkeiten oder auch gerade dann jim wald oder die die geologen die sich dann nicht dreckig machen die könnte ich dann ohne ohne irgendwelche probleme zu euch setzen so dass ihr da jetzt in guter manier bei den anderen sitzt ja ich werde mich mal durch die weinauswahl schauen und gucken was es so gibt ja von bis also du kannst da rote weiße oder auch eisweine kriegen ist natürlich für den für den ganz edlen geschmack wer auch immer das dann trinkt kannst trockene fruchtige sachen bekommen ja also ein bisschen auswahl ist da so zehn zwölf flaschen die du da findest und wenn du danach fragst kann dir dann auch der der koch eben da eine empfehlung aussprechen je nachdem was du daneben hast und nimmt sich dann auch ein bisschen zeit gerade für dich ja wenn ich merke dass ich es da mit einem fachmann zu tun habe dann werde ich natürlich sofort ein gespräch darüber beginnen und mich natürlich dann entsprechend beraten lassen von dem koch ja das soll so ja soll so geschehen und kannst du dann da eine gute auswahl an ja zumindest dem einen wein erstmal vielleicht später dann zweiten ganz präsentieren lassen und so kannst du dich wieder zu den anderen gesellen ich werde nicht zu einem weinen sondern zu einem schönen bier greifen und werde mich natürlich auch beim essen reichlich bedienen mich dann hinsetzen aber immer mal wieder den blick durch den raum schweifen lassen die arbeiter betrachten aber auch ja mich auch mal hektisch umschauen ihr wisst allerdings nicht wieso dieses hektische umschauen passiert aber wie gesagt ich möchte mir einfach die arbeiter anschauen ob die auch an kopfschmerzen leiden so wie wir oder ob die sonst wie genervt aussehen ob da irgendwas bei denen erkennbar ist ja aktuell wirst du wohl feststellen dass die gute laune haben der eine oder andere spricht auch schon von der nahenden weltmeisterschaft doch da dann wieder fußball das ist ja das was vor ein paar minuten auch schon mal kurz ein thema war ist ja schon ein bisschen länger her gewesen dass du dann dich da mit dem mit dem geologen drüber unterhalten hat das aber ja die stimmung zurzeit ist gut und neben euch klagen die wohl nicht unter kopfschmerzen das ist wohl wirklich ein ding was jetzt unter euch neuling dann vertreten ist das ist einfach ja diese 280.000 tonnen die um dich herum sind und die dich ja fast zerdrücken die dich fast zerquetschen gerade wenn du jetzt nicht nach draußen kannst weil das wetter so so kalt ist und so regnerisch das macht dann wohl eher die und deiner psyche zu schaffen aber den anderen scheint das egal zu sein ja in ordnung mr forrester ja ja durchaus durchaus ich habe nur so ein komisches gefühl die ganze zeit aber es liegt nicht an dieser insel das habe ich praktisch ständig ja ich komme dann zu schauen guck anklagend das bierglas muster forrester ansage aber keinen ton herr hessel kann ich sie vielleicht für ein gläschen zu mittagessen begeistern nicht so lange ich im dienst bin aber vielen dank nun mister rondo verstehen sie mich nicht falsch auch ich trinke gerne mal ein gläsen wein doch aktuell ziehe ich ein bier vor konstantiere das indem ich einfach gar nichts dazu sage und setze mich dann getrübt mit meinem weinglas dahin und so essen mein essen schweigend ähm mister rondo stimmt etwas mit ihnen nicht alles in ordnung vielen dank müssen sie wirken nicht so als fühlten sie sich sonderlich wohl ja das trinken alleine macht unglücklich ah darum geht es also nun wenn sie wollen ich kann mir auch gerne ein gläschen wein ähm nein 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 trinken sie da mal ihr hefeprodukt das wird ihnen gut tun nun wie sie meinen das soll man auch nicht miteinander mischen das schmeckt nicht ach im magen kommt doch eher alles zusammen ja sakrileg äh nun gut wenn sie an so etwas glauben ich glaube nicht daran was mit glauben zu tun das ist wissen na wenn es ihnen was essen geht werde ich mich durchaus an den franzosen halten nun ihr amerikaner ihr esst doch sowieso nur ähm hamburger nun seien sie vergewissert ähm hamburger stehen normalerweise nicht auf meinem speiseplan sind sie so eine blümchenesser? Vegetarier? nein nein das nicht ich esse schon durchaus gerne auch Fleisch nur ähm ein hamburger muss es nicht unbedingt sein sie verstehen ein gutes steak ah sie essen bestimmt heimlich sonnenblumen lieber mal ein ordentliches steak richtig mehr schönen barbecue sauce schön gegrillt ach barbecue sauce gibt nichts besseres kommen sie etwa ursprünglich aus texas nein 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 ich entstand dem schönen new orleans new orleans statt von blues nicht wahr ja mit runter eine wirklich sehr schöne stadt und ja waren sie schon mal im haus der aufgehenden sonne nehm hihihi hihihi na dem man so viel hört nein war ich nicht mich hat es äh mich haben die bibliotheken immerher angezogen ich lese in meiner freizeit sehr gerne Also so, ein Bücherwurm, der gerne Sonnenblumen isst, jetzt haben wir sie durchschaut Nun, wenn Sie meinen Und Mr. Hassel, Sie hatten sich ja gewundert, warum ich mich so immer mal wieder umschaue In der Tat, ich hoffe, wir müssen uns keine Sorgen machen Nein, nein, müssen Sie nicht Lassen Sie mich kurz etwas zeigen Und das Buch habe ich dabei Tatsächlich, es liegt also, lassen Sie mich später etwas zeigen Ich habe ein spezielles Buch in meiner Kabine Und nun, aufgrund dieses Buches, ich weiß nicht, seit ich es habe Das ist einfach nur seltsam Ich habe Sauen nicht gewagt, das mir weiter durchzulesen bisher Anders als die meisten Bücher, die ich lese Aber an dieses Buch, ich habe es nochmal überflogen Eine Horrorgeschichte, oder? Nein, 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 nein Ein recht altes Buch Ich habe es damals, als ich noch in New Orleans gelebt habe Bei einer Bibliotheksauflösung Es war eine kleinere Bibliothek Wurden Bücher Die restlichen Bücherbestände An die eifrigen Leser ausgegeben Damit sie nicht dem Feuer zum Opfer fallen Und dabei ist mir ein Buch Ein recht alt wirkendes Buch In die Hände gefallen Mit komischen Symbolen Auf der Frontseite Ein Ledereinband Und Es ist auch sehr komisch Dieses Buch ist mir vorher nie in dieser Bibliothek aufgefallen Und Ich bin eigentlich Jede Woche dort, mehrere Tage Praktisch nach Feierabend Um an der Ruhe ein Buch zu lesen Die Ruhe zu genießen Aber dieses Buch Es stach mir sofort ins Auge Als ich dort gesehen habe Aber Es ist vorher nie aufgefallen Jetzt machen sie sich doch über uns lustig Das klingt ja fast wie eine Wie eine Gruselgeschichte Glauben sie mir Es liegt nicht in meiner Absicht Mich über sie lustig zu machen Und Ich kann ihnen das Buch wie gesagt zeigen Ich habe es in meiner Ja Ich habe es in meinem Zimmer In meinem Zimmer habe ich tatsächlich auch ein paar Bücher Die ich ihnen nur ans Herz legen könnte Aber Ich glaube für die Dauer ihres Aufenthalts Ist es Nicht notwendig Nein Glauben sie mir Ich habe auch anderen Lesestoff dabei Hat dieses Buch denn irgendetwas mit der Bräunsel zu tun? Nein Gar nichts Nicht zum geringsten Das würde mich doch sehr wundern Wenn ein Buch Aus einer New Orleanser Bibliothek Irgendetwas mit dieser Bräunsel zu tun hätte Zumal dieses Buch auch schon deutlich älter ist Also Allein vom Einwand her zu urteilen Würde ich es auch mehrere hundert Jahre schätzen Na verzeihen sie Ich bin bei dem Bei dem Zusammenhang irgendwie auf der Strecke geblieben Kein Problem Kein Problem Na Herr Kettler Kann ich sie vielleicht für ein Gläschen Wein begeistern? Ja der Björn Kettler kommt dann auch in die Kantine rein Entschuldigen Sie dass ich vorhin so plötzlich verschwunden bin Aber Ich weiß nicht Vielleicht habe ich doch heute Morgen irgendwas noch Schlechtes gegessen Mir war irgendwie nicht so wohl Aber es geht mir wieder ganz gut Und Na ja Ein Gläschen Wein soll ja gut für den Magen sein Habe ich gehört Richtig Na sie standen schon ziemlich lange noch an der An der Wailing Oder am Am Geländer Und haben ins Meer gestarrt Ich habe gehofft Dass mir die Luft etwas Etwas Verbesserung verschafft Vielleicht hat es gewirkt Na sie haben zumindest wieder etwas Farbe im Gesicht Ja ich weiß auch nicht Jetzt geht es mir wieder ganz gut Was das war Manchmal kommt sowas Man ist ja auch nicht mehr der Jüngste Nicht wahr? Ach so ein Flausgefühl Kann immer mal wieder aufkommen Muss ja nichts heißen Ja ich dachte erst Vielleicht irgendeine Art von Seekrankheit Aber eigentlich steht die Insel ja doch schon fest Also Dieser Anblick ist ja schon etwas einschüchternd Wenn man rundherum nur das Meer sieht Ja Aber sie sitzen sich und genießen sie den Spargel Ja danke Herr Kettler setzt sich Und nimmt sich dann auch etwas zu essen Und haben sie wenigstens ihren Rundgang etwas genossen Irgendwas interessantes entdeckt? Nein tatsächlich nicht Bis auf hier und da mal Auf blinkenden Rost Sie wissen es ja Sie haben es ja selbst gesehen Nichts weiter Wir sind auch nur wieder hier runter gegangen Weil das Wetter etwas Unerträglicher wurde Sagen wir es mal so Der Regen wurde stärker Der Wind Der Wind wurde stärker Also Man konnte sich an Deck nicht mehr aufhalten Ohne seine Gesundheit zu riskieren Und deswegen sind wir schließlich dann hier in die Kantine gegangen Um etwas zu uns zu nehmen Ja das ist ganz interessant Ich meine so mitten auf dem Meer ist man ja den Gewalten quasi schutzlos ausgeliefert Nicht wahr? Ich meine auf dem Land stehen überall Häuser Hügel Da wird das alles noch abgeschwächt Und hier merkt man erst richtig Welche Kraft und Stärke so ein Wind überhaupt haben kann Ja in der Tat Aber eine positive Sache hat das Die Kopfschmerzen sind was zurückgegangen Na das freut mich zu hören Ah meine Herren Da dürfen wir uns dazusetzen Vor euch stehen Dave Orson Der Geologe Und Evan Stahlberg Der Sicherheitsmann Allerdings ohne Hund Natürlich Natürlich setzen sie sich Danke Wie ich sehe Haben sie ihren Hund gar nicht dabei Ja Franz sitzt in der Ecke Keine Ahnung was mit dem los ist Ich wollte ihn noch irgendwie dazuholen Das ist meistens an meiner Seite Aber jetzt sitzt er da bei der Couch Und knurrt vor sich hin Soll er machen Ja vielleicht Verzeiht Bitte Ach nichts Ich meinte nur Vielleicht ist er auch mit dem Wetter gerade nicht so ganz einverstanden Oder er spürt etwas anderes Man sagt ja Matira Da hat man ein sehr feines Gespür Was solche Sachen angeht Die reagieren schon auf kleinste Veränderungen Ist er ein ausgebildeter Wach- oder Spürhund? Ähm ja schon Allerdings privat ausgebildet Und nicht irgendwie Naja bezahlt Das war ich selber Und mit dem Wetter sollte er eigentlich keine Probleme haben Ist alle 14 Tage immerhin hier Und kennt sich hier aus Keine Ahnung was er hat Ich hab ihm ein bisschen Wasser hingestellt Soll er trinken Dem wird schon wieder gut gehen Aber wenn er alle 14 Tage hier ist Dann kennt Dann sollte er sich hier eigentlich doch gut auskennen Und normalerweise mit den Gegebenheiten hier keine Probleme haben Ja Lass ihn halt knurren Ist auch wie ein Tier Wie alle anderen auch Ich mein Wir haben ja auch mal schlechte Laune Oder? Natürlich Natürlich Ich würde das jetzt nicht überinterpretieren Nun Schauen wir mal Was der Tag noch so bringt Das was der Tag noch so bringt Ich würde das gleich noch nicht ändern Ich würde mich gerne mal Ich würde mich freuen